Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wer ist sie? Ich möchte meine Schwester nicht noch einmal so leiden sehen. Wenn du sie betrügst, schmeiß sie dich raus. Ich denke Tag und Nacht an sie. Enrico, was rollt hast du gerade? Die sucht irgendeinen roten Ford. Die sucht irgendeine Das Ghetto. Der Kanal ist unser! So sieht man sich wieder. Wenn die nicht mindestens 500 bringt, dann könnt ihr uns ausliefern. Hört zu, ich kenne die Kanäle besser als meine eigene Frau. Ich könnte euch einen Ort zeigen. Wie viel? 500 pro Tag. Aber sie haben doch Jesus ans Kreuz geschlagen. So steht es in der Bibel. Die heilige Maria und die Apostel, das waren alles Juden. Genau wie Jesus. Jesus? Was ist mit dem Ghetto passiert? Das Ghetto ist leer. Ich habe nicht versprochen, alle Juden zu retten. Es ist gefährlich mit so vielen Leuten. Und wie viele von uns sind es wert, gerettet zu werden? Sagen wir zehn. Wer hat sie denn zum Gott gemacht? Gibt es da Juden in der Kanalisation? Nur Leichen. Die haben die Rohre verstopft. Du würdest es sagen, wenn sich da welche verstecken. Na klar doch. Ich kann nicht weitermachen. Du wirst weitermachen. Aber wenn du nicht lebst, nehme ich auch nicht mehr. Ich kann nicht weitermachen. Andi, Hinterstoßer und Toni, kurz. Kraxeln auf alles Raub, was hoch ist. Haben nichts anderes im Kopf schon, seit sie Bogen waren. Sehen die eigentlich halbwegs aus wie deutsche Helden? Deutscher und heldenhafter als wir beide zusammen. Diesen Sommer ist Olympia und dann machen sie einen Mordswirbel wegen der Eiger-Nordwand. Die wollen unbedingt Berichte über die Ersten besteigen. Stellt euch doch mal vor, ihr schafft das. Schiss? Na bitte schön, Großangriff auf die Eiger-Wand mit deutscher Seilschaften. Dann drücken wir jetzt auf das Abenteuer, Herr Schöpfen. Es geht los. Zwei Seilschaften sind heute am frühen Morgen mit voller Ausrüstung in die Wand eingestiegen. Was macht ihr an unserem Einstieg? Geht los, Digga. Das war historisch. Was? Historisch. Im Zugriff, im Zar Krüter. Wir müssen umkehren. Der sieht unheimlich aus, der Berg. Kennen Sie die Sage von dem Riesenogre? Der Legende nach haust er oben im Fels und verschlingt jeden, der ihm zu nahe kommt. Der Legende nach haust er oben im Fels 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 Wenn ich dein Prinzessin bin, dann wo ist mein Krone? Ich sollte sich selbstbewusst werden, aber trotzdem fühle ich mich allein. Ich werde nicht geben, ich werde nicht geben, ich werde nicht geben. Ich werde nur denken, dass irgendwo anders aus dem hier. Hey, why don't you fly. Why don't you fly. I don't fly. Why don't you fly. Why don't you fly. Angriff! Anna, ich muss zurück an die Front. Ganz besonders heute Abend. Sie sehen ihn nur einen Abend. Was bringt Ihnen das? Unsere Minuten sind länger als Ihre. Da vorne spielt sich was Merkwürdiges ab. Gibt mir eine Flasche Champagner und einen Becher? Was nennt man Hochverrat? Schande wie Böse. Unbegreiflich sich an solchen Handlungen mit dem Feind zu beteiligen, der einen Teil unseres Landes besetzt hat? Was weiß das Land davon, was wir hier erleiden? Hey, Christmas. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.